Wir sind ja schon seit einigen Jahren mit dabei, unterstützen mit dem IKK-Brot die Menschen, denen es nicht so gut geht, die nicht auf der Sonnenseite sind. Und ja, dank der Unterstützung unserer saarländischen Bäcker und auch ganz persönlich des Landesinnungsmeisters ist es uns gelungen, einen ja inzwischen doch schon deutlichen Beitrag zu leisten, genau für diese Menschen, die unsere aller Hilfe und Solidarität benötigen. Und deshalb haben wir sozusagen Zuwachs generiert. Wir haben neben dem IKK-Brot haben wir das IKK-Brötchen, den IKK-Grillwerk entwickelt, der natürlich auch, wie soll es anderes sein, die klassischen Zutaten wie Ingwer, Kleie und Kürbiskerne hat, um halt eben hier ja noch eine größere Spendensumme erzielen zu können, noch mehr Menschen in Not zu helfen. Und das ist sicherlich gerade jetzt auch in dieser Zeit ganz besonders wichtig. Auch diejenigen Menschen benötigen die Solidarität von uns allen. Vielen Dank.